doch du heiliger mein magen sagt jetzt ich soll was essen man ja schon mal durcheinander kommen hier alles schön eben das wasser da kann man nicht viel falsch machen außer ich halte ich ganz trotzdem okay hier muss ich den sand eigentlich noch machen aus prinzip als gesamt ist mir gesagt habe nehmen wir den sand mit wo gibt es gratis so viel sand das ist so die überlegung es ist schon wieder sehr dunkel ich hoffe jetzt einmal dass es zusätzlich nicht auch noch nicht wird sonst gehe ich unten echt gar nichts mehr hier ist noch nicht nacht hier geht es raus das lassen wir einfach mal so wird schon nichts großartig passieren so 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 ob er lang die alten haben wir hier schnell im so gut immer lassen 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 sie sich lassen sie sich transportieren so ähm hier mit 3 das wird unten irgendwie nicht rauskommen glaube ich so 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 Wieso ist das denn hier zu dunkel? Wahrscheinlich liegt am Wasser, oder? Moment. Ach, ich bin doch ein Depp. Ich bin gerade leicht verwirrt, ehrlich gesagt. Hier ist aber schon ein Wasserkraben, oder? Genau. Ich muss hier den Wasserkraben für das nächste Feld bauen. Ich habe mich hier irgendwie immer total... Ich habe mich total schwachsinnig gebaut. Das ist schon eine gefällige Ebene. Ich denke da ich immer den Feuerweg eingebaut, weil ich sonst wieder verwirrt bin. Soll. Soll. Soll ich das auch wiederkomme? Was hinten alles weg machen. Dann kann ich hier auch wieder zum Tief gehen, damit ich nachher nicht wieder voll vergrückt bin. Bezüglich allem. Ich kann noch ein bisschen hoch und drauf machen. So, dann gehen wir erstmal hoch und machen uns neue Schaufeln. Ich glaube die Öfen müssten eh auch fertig sein. Hier sind noch Sandstallen drinnen. Wozu habe ich Sandstallen drinnen? Was ist denn überhaupt angefertigt? Ich dachte, was ist denn hier aus meiner Sandkiste? Und, ja. Und, ja. Ja. Ich mache die Böse noch nicht. Ich mache das hier im Geräten. Also, ich mache ein Böse. Ich mache das, dass ich dann hier aus meiner Schrauberei will. Ich mache das hier weiter. Werbesteig istinaische. Ich mache das hier. Ich mache das jetzt, dass ich hier nicht Ausgabe. Ich mache das hier. Okay. Okay. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Okay. Bis zum nächsten Mal.